Hast du den Sonnenuntergang? Ja! Gut, komm! Romantische Kack-Scheiße! Ja, wir haben noch einen Film geguckt, der holt auf der 2. Ich hab den Deckangzeug immer gestellt, ich hab den noch gehört. Habt den aus dem Ort, kann man sich daran erinnern. Das passiert manchmal auch nichts. Wenn ich mich daran erinnern kann, wie ich mich ausmache. Und jetzt, ähm, das ist der 8. Also halt 10 Wolt, ich hab dich los. Ich muss ihn noch was sehen. Kommt, den Arm. Ähm, für die 2. Ich bin noch 13 heute. Ja, wir müssen beeilen. Ich bin noch nicht so viel. Ich bin noch 14 Jahre alt. Ja, wir müssen dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Sonne ist auch gleich weg. Ist aber gut, ne? Wir wollen hier gerade so ein kleines Timelapse-Video machen. Ein bisschen mehr auch. Aber wir hatten noch keinen Bock, irgendwo weiter zu fahren. Noch weiter weg. Obwohl da... Noch ein bisschen schweig gewesen wäre, ne? Oder? Der hat mich praktisch nicht gezwungen. Snapchat macht lecker. Machst du Snapchat? Ne, du machst Snapchat oder nicht? Mach kein Snapchat. Achso, Entschuldigung. Für so eine Beinebaum-Bilder, ne? Könnte ich meine Füße natürlich auch hier durchstecken. Und dann dazwischen... So, also im nächsten Loch da... Foto machen. Dann würde ja keiner auffallen. Dann würde ja keiner merken. Aber bestimmt... Würden meine Füße dann da drinnen stecken bleiben. Und wir müssten hier die Feuerwehr umrufen, mit der mich hier rausholen. Wüssten wir nicht. Würde dir die Füße einfach abbeißen. Zur Strafe. Ich glaube, das wäre eher eine Strafe für dich. Komm, Blödsinn. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Dursch. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Dursch. Kettenraum, das ist ja auch immer ein bisschen öklig, ne? Vor allem, dass du ja nicht echt viel bist. Untertitelung des ZDF, 2020